Gerade der Fachhandel ist gefördert, jetzt Weichen zu stellen. Es gibt genügend Konzepte und unzählige Marketingmaßnahmen. Jedoch reicht es nicht, wenn der Verkäufer am POS, am Punkt des Verkaufens, es nicht schafft, den Kunden von seinem Produkt, von ihrer Leistung zu überzeugen. Und hierbei gilt es nicht darum, dass der Verkäufer und der Fachberater das Fachwissen hat, sondern es wird die entscheidende Frage sein, schafft er es, auch eine Teil- oder Richtungsentscheidung, im Moment der Begegnung herauszubekommen. Und jetzt gibt es einen Zusatzfaktor, den Menschen für Sie selber entscheiden müssen. Ihre Fachberater müssen vor Begeisterung sprühen. Solche Fachberater ziehen gute Kunden magisch an. Treffen Sie eine Entscheidung, damit Ihre Fachberater besser werden.